Ich grüße Sie zum Deutschlandwetter. Auch heute müssen wir wieder über das Thema Blutregen reden, beziehungsweise können wir darüber reden, denn wenn Ihr Auto so aussieht, sind es nicht unbedingt diese hellgelblichen Pollen, sondern wenn es in Richtung braun, rotbraun geht, dann ist es mal wieder Sahara-Staub und wenn dann ein paar Tropfen fallen, dann nennt sich das ganze Blutregen, weil nämlich der Regen leicht rötlich gefärbt ist. Woher kommt dieser Blutregen aus der Sahara? Das ist Staub, der hier aufgewirbelt wird, von kräftigen Schauer- und Gewitterwolken, die diesen Staub bis in hohe Höhen transferieren. Und dort oben, das werden wir später noch sehen, da sorgt der Staub auch immer wieder dafür, dass sich bei uns Wolken bilden. Das sind quasi kleine Kärnchen, an die sich Wassertropfen anheften können und zack sind plötzlich Wolken am Himmel, obwohl die Wettermodelle eigentlich gar keine berechnet haben. Woher kommt der Staub? Von hier ganz im Süden, dieses Tief zwischen Afrika und Italien, saugt diesen Staub an. Da sind auch einige Niederschläge dabei, das heißt, es kommt nicht alles an, ein bisschen was wird ausgewaschen und hier streift uns auch nochmal ein Niederschlagsgebiet. Schauen wir mal rein, im Westen regnet es jetzt aktuell schon und das Ganze zieht dann ganz langsam in Richtung Ostsee löst sich dabei aber mehr und mehr auf. Zunächst der Vormittag, vor allem im Nordwesten relativ nass, teilweise gibt es auch mal stärkeren Regen. Insgesamt im Norden ziemlich trüb, kaum Sonnenschein. Je weiter wir Richtung Süden gucken, desto freundlicher ist der Vormittag. Am Nachmittag kommt dann hier dieser Sahara-Staub an, deswegen werden die Wolken hier immer dichter. Der Regen zieht sich, wie schon gesagt, langsam Richtung Ostsee zurück, da wird es trockener. In der Mitte, also von der Lausitz über Franken bis zum Oberrhein, da gibt es am meisten Sonnenschein, bis zu elf Stunden sind drin und hier gibt es dann auch die höchsten Werte bis zu 24 Grad. Deutlich frischer bleibt es an der Ostsee mit auflandigem Wind hier, teilweise nur um 10 Grad, da wird es einfach nicht milder.